Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zurück zu Mugen's Souls. Na? Kannst du auch mit Erkurt zusammen kämpfen? Es kann gut sein. Der einzige wirklich echte Demon Lord war ja wohl der erste. Der sah wenig aus wie einer. Das war fies. Jetzt nicht mehr, bis draus. Das war mal ein Korb vom Feinsten. Das war irgendwie fies. Soll ich jetzt die vielen von uns sammeln? Master Points ist mir egal, wie die heißen. Pin Points ist ja... Das war was anderes, okay. Ähm... Ah, ne? Ich hab hier aber auch eigentlich nichts mehr, wo ich hin muss. Oh Gott, nein, wie schlimm. Schwache Fledermäuse und... Offensichtlich Pilze. Greifen mich an. Oh nein, mach mal was. Danke. Und das war's. Kommst du ran? Nein, natürlich nicht. Kommst du mit deinem Angriff ran? Ja. Komm's. Oh. Oh. Ein Briller und den Ohrring gefunden. Hm 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 hm. Ist ja... Süß, ne? Ja. Offensichtlich. In der Nähe eines Speicherkristalls. Hier ist alles in der Nähe eines Speicherkristalls. Vielleicht war hier ja noch was. Äh... Nö. Nö. Tja, dann bleibst du da wohl alleine. Haha. Es ist fies, dass ich einfach so weglaufe. Ja, ne? Wo könnten die Sachen denn sein? Ähm... Komm mir ein bisschen vor, wie wieder in der ersten Welt, wo ich einfach keine Ahnung hatte, wo was war. Wannst du bitte mercy? Da müsste unsere Liste eigentlich richtig sein. Äh, ja. Smile. Smile ist doof. Hm 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 hm. Du bist gut an das. Ich werde dich teasen, bis du aufhörst. Ich hoffe, dass du aufhörst, bis morgen. Ein Peon sollte wie ein Servant knallen. Das spürt, war ja mal interessant, ne? So, das war's. Du! Indie-Monsters-Kindies-Scene. Haha. Ja, toll, ne? Egal, systematisches Abklappern. On-and-off-Blade? Wieso ist es kaputt? Oder hat es im wahrsten Sinne des Wortes einen An- und Ausschreiter? Bis nächstes würde ich von den Gegnern abhauen. Wah! Huch! Ich bin eigentlich zu schwach. Schaffst du den? Ach so, du greifst die Fledermaus an. Naja. Ach nein. Was? Die Fledermaus hat überlebt? Nicht mehr lange. Zack! Kommst du ran? Ja. Wunderbar. Wo könnten diese Dinger sein? Ah? Ah, jo. Jaja. Kann ich erst nachgucken? Irgendwas besiegt? Jo, hab ich bestimmt. Beide. Shining flower middle of the continent. Hmm. Achso, Blümchen, Nummer 3. It's not into targeted girls. Okay. Heißt jetzt also, steht nicht auf welche, die viel reden. Okay, entweder sie werden verarschen oder sie wollen, dass wir die eigentlich eher etwas schweigsam übernehmen. Mal sehen. Na ja. Blablabla. Wow, das war echt mit viel Glück verbunden. Aber auch das muss man haben. Ich weiß auch schon wieder nicht, wo ich war. Achso. Du willst irgendwas zum Kaufen, ne? Keine Ahnung. Reicht das? Ha, wunderbar. Ach, jetzt schon. Oh, ich war noch bereit, weiterzulaufen. Damit schlicht man davor auf jeden Fall. Oh man. Ballast die Kontinente zusammen. Das sollte eigentlich reichen, um genug Fans zu bekommen. Das kannst du nicht torben, sie hat die Kontinente vereint. Das ist schau, das ist unmöglich. So, ein bisschen Geld. Oh, so, so schön viele Pions. Ah, 6%, 6%. Ah, wunderbar. Joa, wir hauen ab. Das Ganze nachzuholen, das werde ich nochmal machen. Und auch aufnehmen. Ach, süßes Herz. Aber es springt eigentlich nicht wirklich viel. Man kriegt ein paar Bonus-Dinger noch, aber das hat sich bis jetzt nicht großartig reviert. Ah. So, zweite Kontinenthälfte. Ist doch wunderbar. Wie kommen die eigentlich jetzt von einem Kontinent zum anderen, wenn alles voll mit Lava ist? Würde mich glatt interessieren. Und ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme. Mach ich mal noch von Minuten. Na, einfach mal rüber. Hast du drei Abschnitte? Oder noch zwei? Ich habe immer Hoffnung, dass die ganzen Gespräche eigentlich Kämpfe sind. Egal, ich gehe da jetzt rein, dass das wird noch abgehandelt. Eiskalt abgefrühstückt und dann. Schreng doch einfach was. Ei. Ja, aber es ist so frisch heiß. Ich will nicht zu viel gehen. Lass dich doch tragen von Shiro gar nicht. Bitte, schau dir das große Bild. Häng da rein und bekommst dieses Ort. Häng da rein. Ich habe mich ein bisschen aufgewachsen. dass ich nicht mehr Geschäftsführer habe. Selbst wenn du nicht, dass ich das mache, kann ich nicht nur standen und sehen. Ich kann dir nicht mehr als das stehen. Nö. Du kannst mich nicht mehr als populär sein. Nur die meisten populärer können sagen, dass sie diese Welt kontrollieren, richtig? Das ist wahr. Aber wenn ich sage, dass du nichts tun kannst, dann kannst du nicht. Du bist nicht mehr als ich stehen. Aber okay. Wow, was für dich. Es gibt keine Chance, dass ich dich von dir auszusehen werde. Wenn du mich wirklich anzusehen möchtest, dann musst du 4 nutzen. Ich bin sicher, dass das nicht möglich ist, für eine schraubige Frau wie du. Oh, wenn du denkst, dass ich dich anzusehen werde, dann bist du so falsch. Ja, wir kämpfen wieder. Wunderbar. Mit Powerful Fall Fierce. Darum habe ich die Fever Mode Musik. Ein bisschen Level stärker, wow. Schade, dass Sandy noch kein Level höher ist. Sonst hätte sie locker einfach alles wieder brennen können. Noch mal Feuer. Oh. Feuer. Danke. Schade, da komme ich nicht dran. Ähm. Shooting Star, was? Nein. Na ja. Mach mal. Oh, du kannst alles treffen. Ja, hau mal rauf. Ja. Ach so, ich hätte dann eigentlich gerne noch den Pilspad gemacht. Okay. Ja. Ich bin fies. Müssen wir nochmal gegen sie kämpfen? Ich hoffe, aller guten Dinge sind drei. Das war dein bester Versuch, ich hab gar nichts gesehen. So ist das Leben. Ja, mal flach und mal eben. Ja, genau. Machst du zu deinen Untergebenen. Da wird's dir besser gehen. Da wird's dir besser gehen. Oh. Eigentlich wirst du auch ganz schön fies zu ihr. Ich mein, auf einmal kommst du da und stiegst dir die ganze Show. Aber okay. Ja. Tja. Was soll ich dazu sagen? Ich denke mal, dass wir sie beim nächsten Mal wieder treffen werden. Und ja, beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen. Einfach mal in irgendeine Richtung stolzieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.